Warten, schauen, hören, laufen. Jetzt, wo die Sommerferien bald zu Ende sind und der Alltag bald wieder anfängt, startet auch für die Kinder die Schule oder den Kindergarten. Damit auf dem Weg kein Unfall passiert, ist es wichtig, dass die Fahrzeuglenker wissen, wie sich die Kinder im Strassenverkehr verhalten. Kinder sind im Strassenverkehr viel mehr gefährdet als Erwachsene. Weil sie kleiner sind, können sie die Situation schlechter einschätzen. Sie sehen nicht über Hindernisse hinein und werden von den Autofahrern oft übersehen. Auch die Geschwindigkeit eines Autos oder die Distanz können sie noch nicht richtig einschätzen. Sie können also nicht sagen, ob ein Auto noch weit weg ist oder schon sehr nahe. Kinder verhalten sich nicht wie kleine Erwachsene. Sie verhalten sich oft ein wenig unberechenbar, spontan, impulsiv. Sie sind auch leicht ablenkbar, vor allem, wenn sie in einer Gruppe unterwegs sind. Kinder können sich noch nicht gleich gut und gleich lang konzentrieren wie wir Erwachsene. Darum sind sie auch nicht immer aufmerksam. Man weiss also nie mit Sicherheit, was das Kind als nächstes macht. Kinder haben einen grossen Bewegungsdrang und sie spielen gerne. So kann es sein, dass sie plötzlich auf die Strasse rennen, nur weil sie auf der anderen Strassenseite vielleicht eine bekannte Person sehen oder weil sie einem Ball hinterher rennen, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Schul- oder Kindesgewege ist für das Kind etwas Wichtiges. Das erste Mal darf es allein und mit Gespändchen unterwegs sein. Er ist aber auch gefährlich. Im Jahr 2009 sind in der Stadt Zürich 108 Kinder verunfallt, 35 davon auf dem Schulweg. Kinderunfälle passieren hauptsächlich, wenn die Kinder zu Fuss unterwegs sind. Ablenkung und Spielen in Strassennähe sind Hauptunfällegründe. Die Kinder rennen auf die Strasse, ohne zu schauen, dort wo es Fussgängerstreifen hat, aber auch bei Strassen ohne Fussgängerstreifen. Darum müssen die anderen Verkehrsteilnehmer besonders aufpassen, wenn Kinder in der Nähe sind. Vor allem jetzt, als dann die Schule wieder anfängt und viele Kinder zum ersten Mal allein auf der Strasse unterwegs sind.